Hallo Leute und schön dass ihr hier seid bei Dr. Push im Bausimulator 2015 mit der Mistkäfer Und Echtkräfter 27 Genau Wir stehen hier noch vor unserem Haus und Problem-Kind Und der Mistkäfer da merkt man einfach immer der hat cheatet immer Der hat cheatet auch immer Ja wir können das Haus einfach nicht gießen das geht nicht Und wir haben kein Geld und er hat keine Erfahrung und wir können keine Erfahrung irgendwie bekommen Du spackst da extrem rum Ok jetzt verstehe ich Inwiefern jetzt? Nix braucht es schon unterlegt Gut das heißt wir müssen leider den Auftrag abbrechen Kann man nix machen Auftrag abbrechen, ja Pleite ist ein Nullgang Naja Ja 13.944er Erfahrung Kannst du jetzt? Bist du jetzt Level? Jetzt ist das Haus fertig Nein bin ich noch immer kein Level Ich muss den Lehrgang für Betonmischgeräte abschließen Leute Ich muss es einfach Ja mach es Ich bin noch kein ausgebildeter Betonmischfarbe Typ Dann tu das So Ich muss mit dem Betonmischgerät zum Lehrgang fahren So dann tu ich mich einfach mal jetzt wirklich mal nach Hause gehen Naja aber nicht dass das zur Gewohnheit wird 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 Ich wollte noch mal zeigen dass das auch geht Ja und was hast du daraus gelernt? Es geht nett Es geht nett weil ich dieses Kack kümmliche nicht Da war ich gern mit dem anderen großen LKW nach Hause Da war ich gern mit dem anderen großen LKW nach Hause Da war ich gern mit dem anderen großen LKW nach Hause Vor allem wir haben wir uns betont Wir können damit nix an Wir können Wir können Zuhause eben sein Bob den Baumeister ein Das Ding wird jetzt hart da drin ich sag Ich hab nur was daran gedacht Wir können Wir können Bob den Baumeister ein betonieren zu Hause Der hat den Auftrag gegeben hat Sag aber wenn du beim Lehrgang eingekommen bist Schauen was du machst Ja keine Ahnung ich bin noch am Unterwegser Ja nur ich meine hier nur Mit 82% Beton Aber wahrscheinlich zum Kies wäre ja genau Ja muss ja halt sagen da kannst du Beton holen Wo muss ich jetzt hin? Vor allem Betonmisch an Lager und füll den Mischer auf Ist eh fast voll ey Ich sag mal nicht voll Ich sag mal nicht voll Charakter drauf der zur Abfluss direkt über alle Füllstützen dies Warte ich ne Gitscheide kann man auch mal das hier Keine Ahnung was hier So Füllwollern gestartet Das ist gut Einvollbild zum Bau Füll Füll Natürlich kostet das ja noch was Natürlich Ich hab mir ja lasst die Kühlebrüche Was kostet denn? Ja 600 irgendwas Befehl hat Ja trotzdem muss ich denn dann scheiße dahin geben oder mit ihm zeigen wie das geht Du kriegst Erfahrung also Wow Trotzdem haben wir den Auftrag abgenommen Trotzdem haben wir den Auftrag abgenommen Wie tue ich jetzt hier mein Bekleidfahrzeug nutzen Wollte ich vorher Weißt du was ich grad tue? Wo ich grad dieses Ding Na Hause absetze Du du Mal alle Fahrzeuge nach Hause transportieren Äh ich deshalb setze sicher das Ding ab So Damit das Fahrzeug dann wieder einsatzbereit ist Dem die scheiß Kübel da So wo ist denn jetzt die Tiefladerzugmaschine? Mal zumachen Voll die Freiheit sowas ey Boah ich bezahlt mir ne Zeit ne Spritfisch ist halt leer Die Firma nicht Ja alles muss ich ja selbst zahlen Au und die Ampel wer zahlt die jetzt? Und die Frau? Und wer zahlt das Auto da? Ja Wer zahlt das Voll die Freiheit Ich muss jetzt mal meine Prüfung machen im Lkw fahren Wirklich in der Innenansicht kann man einfach viel besser steuern Was muss ich denn jetzt machen? Kannst du dann reinfahren? Ja das ist immer das Lehrganggebiet Ja Da bin ich Da bin ich War rückwürdig an den viertengenden Ja Natürlich du wirst du jetzt Oh Gott Oh Gott Und die Trommelrichtung kann es mit X ändern Das ist ganz wichtig Ja Ausgusskamera Ausgusskamera Ja Wo ist mal die Ausgusskamera Action Stoß und die Ausgusskamera Ja einfach die Ausgusskamera Rinde drehen rechts Nichts Komm mal bei dir vorbei Das passt schon so Ja Ja Jeff guckt Also Macht Lehrling alles jetzt ordentlich Ist Geld gut investiert? Aber nicht für mich Na 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 Was meinste Kann's oder kann's nicht? Voll der Pfurstoß Kann's nicht Ladung zurücksetzen kann ich Wo was hier rumliegt Was hier hinten So, und was ist jetzt, wenn ich hier in dein frisch gegossenen Beton stehe? Na, wachst du dich da fest? Du musst weiter die Rinne treten. Ich bin fest. Komm mit der Winterfahrt. Jetzt bist du ja draußen. Du steckst mit deinem Vorderrad drin. Gib mal, ja, ich kann. So, die Rinne müssen noch ein bisschen besser machen. Na, fahre. Ja, hier hat du einfach so'n Klecks reingekommen. So, ja, hier kommt es, das ist das schwarze Gold. Ja, warum geht das rein? Hallo? Wie wird Hongast noch? 98%. Leert sich der jetzt an? Ja, ja. Auf der anderen Seite erfüllt's ja jetzt. Auf der anderen Seite wird's ja irgendwie mehr. Wunderschöne Baustelle. Ja, kommst. Ich bin ja da vorne feststecken vor der Reifen. Das ist nicht mein Problem. Kann ich beide mit einsteigen? Warum nicht? Ja, Gusskamera schon. Vollkamera in Ansicht Action Schuhstange. Ausgusskamera. Ach so, da ist die dort hinten. So, da wird nicht mehr. Ja, dann mach woanders weiter. Wir haben da noch eins. Das ist ja genau das. Mit den riesen Dingeln fahren. Die ganze Kacke rein da. Wieso, da wird der Prozentbeitner um schon viel schöner. Da wird ja gar nichts hier. Doch, jetzt war doch gar nichts. Jetzt geht's ja. So, jetzt, 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 jetzt. Ja, jetzt, jetzt. Komm, komm. Ja, gut gemacht. Von der Baustelle. Fahr runter. Ach Gott, ach Gott, ach. Ich bin ja letztens gestartet. Baumgartner gaben. Ja. Oh, das liegt doch super, kann ich stolz auf dich sein. Yeah, Kleinunternehmer, 490 XP schließe zu mir. Warum, Hammer? Ja, gódere Zelle, du kannst einen neuen Vorarbeit anstellen. Ja, dann mach das. Uigab und Dorn dafür bekommen so Firma Personal Feuerwehr weiter Vorarbeit hat Jochen Jochen mit einem Körner zwei Aufträger ja es hat mir vorgebracht ja 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 so das war Aufträger Prozent aber doch auftreten aufpassen dass er nichts mit Betonischer haben wir irgendwelche Sonnenaufträger aus so dass er mit Betonischer zu betonischer von der Betonbombe mit dem Transport h wir können machen da wir können nur ein Aufwand mal ja okay das ist nicht so schlimm ist nur noch zu holen so ich stelle mal den aus wie geht das ist mit der stelle auch mal zeige so oben auf diese Kinder an und da haben wir aus für ein Gelände statt vom Gelände statt was ich kann nicht und plötzlich kostet nix du kannst das nicht machen Hermann Hänger damit geht ja wir brauchen was wir brauchen auf alle Fälle mal ein grusen Generator wo hast du nur die anderen Fahrzeuge ja da sind wir drüben bau er ist aber Pritschenwagen mit Kran der steht oben Pritschenwagen mit Kran den brauchen wir ja ach so der steht da oben ich glaube da haben wir jetzt zum Wurden und Baustürkern hat er sich nicht im Überfluss da die Wendwo hat auch mal gesagt der habe ich gemacht ich gemacht wird ja habe ich gemacht jeden Freitag das gleiche im markt das selbe mit euch einmal und haupt zudem auch rein oder? au nee oder? Doch das nochmal bitte auch rein kommen nochmal nee komm mal nicht rein klar doch warum auch? du sollst da rein aufbärm komm 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 nein komm komm nein komm 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 nein komm 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 nein komm 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 du bist du für dich? die Stückfuß? Mami äh wo ist er? ja denn die mahalte vom hat richtigen liegen nicht die abkürzung sie mich nicht wohl nicht die ich halt wieder falsch gefahren das ist eine Sache Prozent Prozent doch stützen m bei den Falltasten nach der Bonner Generator da kommt er nicht hier ach Gott erfreundlich an das er hat er lässt du ja dann auf er hat und dann KPM so wir brauchen zweimal die Summe ja ich dachte von der Nahrung sagt er hat es doch der Adolf so was von zweimal die Summe ja zweimal Zement äh Zement Säcke ja viermal fertig war von der Ferdinand Paprika dann war ich zweimal zweimal Trockenwand Element ja zweimal Kantos haben wir nicht einmal Bitumen nein aber genau hin Baustoffhändler das hat doch jetzt hab ich zu zweimal Isomate und das reicht weil einmal Bitumen hat eh schon gekauft also passt so aber passt auch so voll Zelleck das muss ich mal auf aber das Teil der nächsten Folge was ich hier zusammen Schuster in diesem Sinne was gut bleibt dran und zeitgesparte ich mag grad oh mein Gott also tschüss Leute Vielen Dank.